Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde vom Paragon. Ich bedanke, wir sind die gute Faye und wir sind hier auf dem Schlagfeld unterwegs und hier will uns gerade jemand unseren Turm streitig machen, was ich aber gar nicht so cool finde, denn ich musste hier gerade in der Mitte gegen zwei Gegner kämpfen und deswegen dachte ich, jetzt wird spannend, schalte ich euch dazu und deswegen sind wir hier und jetzt habe ich auch gerade hier schlagkräftige Kollegen-Power am Start. So, hier, da, meine Blümchen. Haben irgendjemanden Schaden zugefügt. Und müssen wir unbedingt gleich nochmal meine Heiltränke gegen Mannertränke tauschen. Oh, guck mal. Tod. Speedläufer. Zack, ich habe gewonnen. Ich habe wieder mehr Minions getötet als du. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe den Angriffen. Ich habe die Finger weg von dir. ich denke ich nicht mit mir an ja 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 das war nette beulerei aber wir haben das sehr gut gemeister ich brauche hier mehr hilfe ich bräuchte immer achte wieder keiner drauf was ich hier um blinke sehr schön sehr schön Und dann wird die Tauern über attack. Und dann wird die Tauern über attack. Hau ab! Doofe Zippe Oh wir haben auch ne Karte So Oh wir haben auch ne Peite So Habe ich gut gemacht Wir haben doch nichts getötet in dieser Runde Aber wir haben ein Gegner der nicht so leicht zu sterben ist So, habt Spaß mit meinen Minions Okay, wieso ist da so viel in der Mitte los? Gefällt mir nicht So, wo hab ich denn die Schadenskugel mit meiner Regeneration What? Ich glaube dieses Video ging jetzt 6 Minuten Ah, bei denen hat Chimera gefehlt auch Ah, okay Gut, wenn euch dieses wunderschöne kurze Match gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da Und dann kommt wahrscheinlich heute noch ein zweites Oder es folgt hier dran Es folgt hier dran vermutlich Bis dünn, gleich im nächsten Match Läuft nicht so schön, läuft nicht so schön heute hier dieses Match Wir sind ja gerade am zweiten Match des heutigen Tages Weil das erste Match hier ähm Unglaublich kurz Was zum Teufel, wie hat die das denn gemacht? Ich bin slain Blazer gerade die beiden in der Mitte getötet Was zum Teufel Was zum Teufel Was zum Teufel Die Nummer sehen wir gut hier nochmal hier aber man muss jetzt durchziehen mal drank ich bin schon wieder zu tot für den richtigen angriff oh ja ja weg ultimated das läuft richtig kacke für mich so mein ton klingt auch irgendwie komisch heute alles komisch heute ich spiel scheiße ich sterbe ständig alles nicht so super duper truppe und jungler und nahkamper gehen eh alle ziemlich flott drauf wie die ganze zeit mein fancamper müssen wir nie was böses wieder fahren wie es aussieht einfach mal ein bisschen mit nach mir irgendwie haben wir damit gerade gar nicht getroffen auch nicht schön so den hätte ich damit geschafft wenigstens etwas was hier gesessen ab wenn man das und flüchten ja das war das mit weibergeschrei da gerade das war kein freundliches weibergeschrei das war so ein bösartiges weibergeschrei so hat gott können wir mal schrecklich nicht zu so wie zum teufel mach dir das Ah, Faye kam da gerade durch den Busch. Go, go zum Attacke. Uiuiui. Das war doch schon ein bisschen mehr als nur ein wenig aufregend. Uiuiui. Mh. So. Mit dreimal sterben reichen wir es aber auch für dieses Match. Das müssen wir jetzt nicht noch weiter ausbauen, diese Statistik. Dick. Ich hab dick gesagt, wie Penis. Ah, ha, ha, ha. Oh Gott. Oh Gott, die Lache war ja schlimm. Ich seh gerade hier ein Lauschbäder gepägt, der hat ja völlig alle Grenzen gesprengt. Und nicht die Lustigkeitsgrenzen. Oh, Brüller. Oh Gott. 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 na fuck ultimate hat ihn zwar erwischt aber so richtig getötet hat sie dann doch nicht nach jetzt wieder nicht nur man ich wollte ihm meine tränke übertauschen jetzt auch nicht mehr ja das war fies nehmen wir beide tränke mit kann man echt wieder alle aus ihren lächern gekrochen ich habe nicht mal einen kill assisted ich habe noch gar nichts geschafft einfach mal hier einfach mal hier so die klinge schwingen ja gerade einigermaßen vormarsch wird direkt überall anders wieder angegriffen auch nicht so schön hier so ein speitenschaden von 14 quittisch so den nächsten schwung gucke ich noch mal ob ich den krieger wahrscheinlich auch leider einer der gegner auftauchen da sind vier unterwegs wo der fünfte rumschist da ja okay okay manu und ich habe wieder nichts gerissen ja 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 wieder so überhaupt nicht schaden da ein raus das ist unschön ja jetzt mal einen schluck irgendwas trinken mega freilerei und ich verkacke war so komplett vor allem ist es erschreckend dass fej sogar die nummern überlebt wow 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 was ist heute beim rechner los no 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 hätte fej noch eine sekunde gewartet hätte ich mit meinem ultimate die alle noch frisen können aber nicht machbar gewesen gerade hey was dreht die eine denn so ab da ja 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 Oh, das ist mir eh so cool. Ne, boy! Noch ein Klapp auf Wetter mitgegeben. und dann ganz schnell wieder umdrehen so, Mana-Trank Yay, ich habe beide verkloppt, aber für nichts was bekommen Pauladin, was machst du hier? So, einmal kurz nach Hause, um eine Karte voll zu machen Immer ist die schöne Ballereien hier heute in diesem Match Ich muss ihn nur ein bisschen geschickt irgendwie anstellen So, das war gerade ein inneres Ingespräch mit mir selbst Sehr schön Zeitlich wurde auch noch die K irgendwo getötet Kreis, sektisch, drehen Wieso bin ich heute eigentlich so hektisch? So, jetzt sind überall Leute von mir unterwegs, einigermaßen wie vorne oder auch nicht Ich habe da nur einen damit getroffen Auch nicht so richtig zielführend Am linken Pfad gibt's äh, Hektchen Komm, erst noch mehr Schaden Ja, wir kommen auch auf keiner Seite so weit nach vorne, dass ich das irgendwie wieder wegmachen lässt, was wir hier machen mit uns Jagen da drüben alle blazer Moin ne Ach, da ist auch einfach keiner drauf, was hier so los ist Ja, das ist doch An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Okay, okay, Anu? Mann, Mann, Mann. So viel Tod verbreitet und trotzdem kommen wir nicht voran. Gegen die will ich nicht kämpfen. Nein, nicht kapitulieren. Hatten wir schon mal die Chance, irgendwie nach vorne zu kommen und dann kommt dann nur Rotze bei raus. Das war sie wieder. Was passiert hier eigentlich gerade? Was passiert hier? Was passiert hier? das ist ja mit dem ton heute eskaliert ja und übersteuert glaube ich völlig muss man ein bisschen leiser machen so ich glaube so könnte ein das nach vorne bringen was zum teufel stirbt mit der denn ich bin wieder als einziger umgefallen doch nicht gleich haben sie sich dann auch nach mir holt das match ist verloren wir kommen wir kommen wir nicht aus unserer ecke raus und kriegen das mit mühe und nur gerade mal hier alles verteidigt dabei ist das geld technisch voll ausgeglichen aber die wesentlich mehr karten macht die ist fleißig im dschungel unterwegs oder schlachtet minions am fließband so 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 hier macht ihn kalt den paladin nur verteidigt die seite mitte mitte so 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 wie schaden und ich kann sie einstecken sehr schön so der paladin ist anscheinend voll auf lebensraub irgendwo gegangen und quit und lebensraub nicht mal viel kritisch nur so einen ticken tag und ich kriege aber die ganze zeit aus dem maul ich glaube ich bin echt häufig bin am häufigsten gestorben ja ich bin so richtig kacke so richtig ich weiß aber nicht wieso ich so schlecht bin schreibt mir das in die kommentare ich laufe jetzt in die schlacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Oh, und zwei Dreierkarten kann ich mir kaufen Vielleicht werde ich mir hier auch noch angewöhnt, irgendwie irgendwas in Richtung Lebensraub zu nehmen oder sowas oder Leben oder irgendwas Oh, der Paladin ist abgehauen Hey, wieso habe ich so harte Rückleimspiele? Also, wenn ich sonst was nebenbei machen würde Das stimmt eigentlich mit dieser Peitschentante nicht An ally has been slain An ally has been slain An ally has been slain I'm not guiding them up Ich weiß nicht, ob ich beim Hue was ich habe sie einfach nicht einmal getroffen ein bestimmter nicht mit denen wo sind wir alle tot nur fähig groß ach die ist gerade respawn jetzt ist eh vorbei jetzt haben die prime noch aktiviert ich habe es ja nicht mal geschafft die eine der tor zu schlagen oder überhaupt zu treffen wie sollt ihr eigentlich überhaupt keinen schaden genommen team schild natürlich und was ist mit diesem spiel sound heute los ja das war es kommen dann lassen wir noch kaputt klopfen wenn sie dabei sind das erste match war ein klasse sieg heute und dieses match heute irgendwie ein bisschen ja man sieht ja meine statistik völlig verschissen so von anfang bis ende habe ich nur aus dem auge gekriegt ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht mir hat auf jeden fall ein bisschen spaß gemacht wir sind so hoffentlich im nächsten match wieder von paragon bis dahin wünsche ich euch alles alles gute und haut rein bye-bye